Guten Tag. Herr Karel, Sie wollen bestimmt jemanden überraschen. Oh, hier wissen Sie. Ich suche ein Geschenk für mein Einkommen. Wie wäre es mit Kandidaten Nummer 1 im Play-and-Fone-Paket? Hier ist Ihr Telefon, PC-Karte für bitzschnellen Zugang zum Internet und CMGA-Einsatz-Paket. Super. Ja, aber was kann man damit machen? Mit anderen in Internet spielen. Am laufenden Band in der Community of Massive Gaming Agents. Oh. In der ganze Welt. Zum Beispiel in, äh... Holland? Ja. Das Play-and-Fone-Paket. Jetzt im T-Boot. Das wünsche ich mir. Das Play-and-Fone-Paket ist kinderleicht zu installieren, dank Plug-and-Play. Plug-and-Play? Das kenne ich nicht. Doch. Lieber hier im Wohnwagen. Dranhängen, töff, töff und abfahren. Das Play-and-Fone-Paket. Jetzt im T-Boot. Das wünsche ich mir.